Vertreter des FDP-Ortsverbandes Hude-Wüßling haben die Firma Schütte-Kraftfahrzeuge in Wüßling an der Freier-Von-Mölling-Straße besichtigt. Es ist grundsätzlich wichtig, dass Wirtschaft und Politik im Dialog bleiben. Nur so können wir erfahren, was den Betrieben am Herzen liegt und wo wir helfen können, Situationen schnell zu lösen, betont Dieter Dalle, der die Besichtigung mitorganisiert hat. Betriebsinhaber Michael Schütte führte die 13 FDP-Mitglieder durch den Betrieb und erzählte dabei auch etwas über die Geschichte. Die Firma wurde 1972 gegründet und hat ihren Sitz seit 1982 am jetzigen Standort. Der Betrieb hat 14 Mitarbeiter inklusive zwei Lehrlingen. Gemeinsam wurde mit den FDP-Mitgliedern rund eineinhalb Stunden über Erfahrungen und Probleme im Handwerk sowie die allgemeinen Entwicklung des Handwerks gesprochen.